Oh mein, oh mein, oh mein, das schräge Hotel, bei dem dritten Gebäude, okay, das ist schon krass, muss ich sagen. Dann lasst uns mal dahin, abladen, und dann schauen wir mal, ob man noch was mitnehmen können, ja. Die schöne unter Wasserwelt hier, schade um die Städte, die da verloren gegangen sind. Aber so baut sich die Welt eben wieder neu auf, eine Zukunft ohne Menschen, nur mit Räubern und alles Möglichen, was man ja nicht mal als Menschen bezeichnen kann. Und ich bin der letzte Überlebende und dann auch noch eine Frau. So, da wollte ich gerade das Boot verrückt spielen. So, einmal hier. Also wir haben einiges gesammelt. Das wird eine ordentliche Aufräumaktion werden. Die Spielekonsole ist ja cool. Wir wollen jetzt, brauchen wir noch einen Fernseher. Das ist ja geil. Dann kann ich ingame zocken. Aber wir haben ja hier einen Klobus. Ein Klobus. Eine rollende Toilette, die echt cool aussieht. Die werden wir uns definitiv hinstellen. Ja, keine Frage. Mal gucken, wie schön der denn aussieht. So. Ich habe diese ganzen Metallregale gebaut. Die Frage ist, reichen die aus bei dem Metall, was ich jetzt alles zu besammeln habe? Oder muss ich schon wieder arbeitern? So, die letzte Runde. Und ab geht's. Der dritte Turm, das Hotel. Müssen wir uns merken. Damit wir nicht so weit schwimmen müssen. Bald haben wir ja auch Platz für Benzin. Keine Gegner mehr da. Ah, das Benzin geht immer so schnell leer. Aber wenigstens erhält sich das. Das, was man findet, kann man auf ewig behalten. So. Das Hotel. Und gleich im gleichen hier was gefunden hat. Das ist ja passend. So. Genau, das war ja so, dass der hatte ich ja schon gehabt. In das Hotel kann man ja leider nicht rein. Das war ja auch geschlossene Gesellschaft. Die Toten nun auch ihre Ruhe haben. Ja. Na? Was ist das gerade? Genau, da ist auch noch was. Da bleibt man schon mal so ein bisschen die Spucke weg beim Reden. Ah, ist ja schlimm. Bin ich froh, wenn ich wie er gesund bin und fett bin. Na ja, mache ich drei Kreuze. Da hinten nutzt man etwas. Hier ist auch noch etwas. Benzin ist schon mal klasse. Das gefällt mir. Oh, die schwimmt. Da sieht man mal den Fehler im Spiel. Ah, shit. Ich bin voll. Aber die merken wir uns einmal. So. Ah. Da kommen wir rein. So. Cool. Die Ruine hier, die können wir auch mitnehmen. Okay, erstmal zum Boot. Merken wir uns mal. Erstmal zum Boot. Ja, es dauert mal ewig. So, gut. Erstmal Treibstoff. Okay, und hier Truhe. Haben wir zumindest wieder ein volles Boot mit Treibstoff. Was will man mehr? So, und jetzt geht es wieder runter. Das war in die Richtung. Hmm. Da war hier noch was, genau. So. Ich wollte vorschlagen, bevor ich gehe mal den gleichen Weg wieder zurück. Damit ich auch alles wieder finde. So, da oben ist schon mal nichts. Genau, da war hier noch was, genau. Genau. Gummi, die Mauer auch gleich mit. Ähm, nee. Dann waren wir hier. Oder man hier bei den Ruinen. Oh, so, und jetzt brauchen wir die Axt, glaube ich. Super. Okay, zweimal Axt, einmal nehmen. Schaden, das höhere Holz. Okay. Eْ E favour asi.